Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Chartformationsvideo. Heute geht es um den bärischen Keil, eine sehr bekannte Trendfortsetzungsformation, die wir uns jetzt näher anschauen. Der bärische Keil, sogenannte Trendfortsetzungsformation, ist eine sehr bekannte und sehr häufig auftretende Formation. Sie ähnelt dem symmetrischen Dreieck, aber hat sehr markante Unterschiede, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Bei einem bärischen Keil würde man meinen Bären, also das wird jetzt erst nach etwas aussehen, wo hier die Märkte oder der Markt komplett feilt. Dem ist nicht so, denn bei einem bärischen Keil steigt der Markt erstmal an, der Kurs, so dass wir hier zwei konvergierende Linien miteinander verbinden können. Ehe der Markt oder der Kurs dann anschließend an einen Ausbruch erfährt, dann am besten noch ein Pullback generiert hin zu dieser konvergierenden Linie, ehe dann der Abwärtstrend dann durchgesetzt wird. Das ist sehr wichtig zu sehen. Bärischer Keil, der Markt steigt erstmal an und setzt dann durch den Bruch der konvergierenden Linie den vorher herrschenden Abwärtstrend wieder fort. Deswegen Trendfortsetzungsmuster. Gut, schauen wir uns das jetzt mal in der Praxis an. Wie sieht es tatsächlich aus? Hierzu habe ich den Chart des Währungspaares US-Dollar-Japanischen Yen und hier sehen wir eindrucksvoll und eindeutig einen bärischen Keil. Der Markt befindet sich zwischen den zwei konvergierenden Linien und bricht dann nachhaltig drunter und setzt dann den Abwärtstrend fort. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video eindrucksvoll erklären, wie der bärische Keil funktioniert, wie du den identifizierst und wie du den in dein Handeln mit einbauen kannst. Ich hoffe, die Videos zu den Chartformationen helfen dir und haben dir gefallen. Lass uns doch gern ein Like da und folge uns. Und schreib doch mal in die Kommentare, ob du einen bärischen Keil identifiziert hast. Weitere Chartformationsvideos findest du auf unserem YouTube-Kanal.